Ja, willkommen zu Part Nummer 3. Wir werden jetzt eine meiner Lieblingsübungen spielen, und zwar klein-groß, bedeutet Rückhand-Mitte, Rückhand-Vorhand. Aber ich werde hier Fußgewichte anziehen, weil das ist eigentlich schon fast Tradition bei mir in der Vorbereitung, weil ich immer zwei Wochen circa mit Fußgewichten trainiere, auch im Verein, um einfach schneller zu werden. Das habe ich früher sehr viel gemacht, habe ich in letzter Zeit oder die letzten zwei, drei Saisons einfach nicht mehr so gemacht, weil ich dann nicht so gefordert wurde. Jetzt habe ich aber eine deutlich höhere Liege, deswegen muss ich auch einfach in der Beinarbeit wieder schneller werden. Das haben wir auch in den ersten zwei Übungen gerade sehr gut gesehen. Oft Platzierungsfedern, dass Rückhand-Todessünde der Ball an meinem Körper vorbeiging, weil ich einfach nicht einen Schritt gemacht habe. Ja, und um einfach jetzt mal wieder ein bisschen Power in den Beinen zu bekommen, mache ich es einfach mit Fußgewichten, ist zwar extrem anstrengend, aber super effektiv meiner Meinung nach. Applaus 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.